Der hat gesagt, guten Abend, Aida Nova. Der hat uns angelegt und hat gesagt, daraus müssen wir eine ganz, ganz großartige, bunte Show machen. Und die ist entstanden für unsere Gymnastinnen, für unsere Artisten und unsere Tänzerinnen. Eine wirklich großartige Kostümstadt, die da schon fast stattfindet. Kommen Sie vorbei, denn da hier bezeichnen wir uns aber gerne als Autokultur auf der Bühne. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, entweder um 18.30 Uhr oder etwas später nach der Serie und Rettung. Und dann um 22 Uhr. Dort gibt es im Anschluss dann auch noch ein bisschen was über die Band, der hier zu erfahren. Und wir haben auch noch eine Laserscheu, die hier, dort sollten Sie dann auch mal vorbeistürgen. Und Sportfans, vor allem die Handballfans, die gehen heute natürlich ins Brauchhaus. Dort gibt es den, die alles schon hat, bei Klassiker-Champion in Deutschland. Und auch heute gibt es ganz, ganz viel Spaß bei. Okay, wenn wir uns dann einmal das Abendprogramm anschauen, was sonst noch so ansteht. Natürlich nach der Seenotrettungsübung können Sie shoppen, was das Zeug hält. Denn dort werden natürlich auch nochmal unsere Shops geöffnet. Und Sie können ein bisschen lieber Deck 6, Deck 7 und Deck 8 schlendern. Oder Sie schauen vielleicht auch nochmal in einer unserer Musibars vorbei. Das heißt im Brauchhaus, in der Rockboxbar oder im Beachdruck. Überall dort haben wir tolle Menschen, die auf Sie warten. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern natürlich auch im Service. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne Zeit, wenn Sie in den Restaurants bewaren, dann natürlich schon mal einen guten Appetit. Und freue mich, wenn wir uns heute Abend dann entweder zu unserer Show oder natürlich auch zur Primetime um 19.45 Uhr im Theatrium wiedersehen. Dort gibt es dann etwas zu gewinnen, etwas Spaß, Spielspaß, Spannung. Vielleicht habe ich sogar Schokolade mit dabei. Liebe Freundinnen und Freunde, Ihnen eine schöne Zeit. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Ihr Toll.